Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeyStats, die DAXA-Analyse für nun Dienstag, den 3.8.2021, damit den 2. Handelstag auch im August. So, und heute haben wir hier Tiere auf dem Parkett gesehen, die sich die letzten Tage etwas verkrümelt hatten, waren brav Liebe machen und haben hier zwei kleine neue Bären mitgebracht. Der heißt auf jeden Fall Allianz und der hat einen, weiß nicht, welcher Name sich hier noch entpuppt. Auf jeden Fall hier wieder Gutstimmung auf dem Parkett gewesen. Der Monatsauftakt ist ganz gewiss mal definitiv ins Wasser gefallen. Der ist relativ gut reingekommen, ein schönes Aufwärtsgab reingebracht, über 600, das hat durchaus Potenzial gehabt. Er hat hier auch nach dem Abschluss einer möglichen ABC hier eine neue Antriebswelle hinten dran zu schieben, nämlich von hier ausgehend dann einfach nochmal hier nach oben weg. Wir hatten über die Ziele gesprochen, wenn es ihm gelingt, die 670-700 oben rauszunehmen, was dann eben kommen könnte. Er hat aber nicht genutzt, hat er nicht vorgenommen, direkt von der 700 wieder weggeschmiert. Da wird jetzt hier auch ein kleines Doppeltop quasi drin stehen. Wir sind damit per se trotzdem noch in den fallenden Hochs. Und den hat es schon wieder ein ganzes Stück runter gescheitert. Wenn ich das jetzt hier so sehe, von der Höhe her sind wir etwa 61% wahrscheinlich genau runtergekommen. Vielleicht sogar schon ein bisschen mehr, so per Augenmaß würde ich mal sagen. Riecht aber trotzdem danach, wie als sollte auch noch was hinterher kommen. Gut, das bringt so nichts, da müsste ich das fast verstellen. Ja, also unser DAX auf jeden Fall den Monatsauftakt ordentlich versemmelt. Monatsauftakt in dem Sinne wichtig, weil das eigentlich so ein DAX ist, wo die meisten davon ausgehen, dass da Geld reinkommt in den Markt. Ja, ETFs und so weiter, Sparplan, Zukäufer und so weiter und so fort, das hat man hier jetzt nicht gesehen. Wenn man sich nun sagt, erwartungsgemäß ist es natürlich der erste des Monats, der Tag, wo viel Geld reinkommt. Könnte das schon für ein bisschen Enttäuschung sorgen, dass das nach hinten losgegangen ist. Das hatten wir, glaube ich, jetzt hier irgendwann auch schon mal. Ich meine mich zu entsinnen, dass der Monatsauftakt im Juni ähnlich verlaufen war. Aber so war es dann doch nicht. Ne, ne, der ist hochgegangen. Der ist deutlich hochgegangen, der ist auch nicht unter das Tag, der hat auch kein Geldfluss geschafft. Das ist damit schon deutlich schwächer, wie das, was wir im Juni gesehen haben. Ein deutscher schwächerer Auftakt, trotz aufwärtsgelb, das Ding voll runterverkauft, gelb geschlossen und drüber hinaus und tiefer geschlossen. Tiefer geschlossen als am Freitag. Und damit macht er jetzt natürlich auf Tagessicht das, was wir hier schon ein paar Mal angesprochen haben. Lässt sich jetzt langsam runtergleiten. Und die Batzerkerze, das ist auch nicht unbedingt Optimismus. Das erweckt auch nicht unbedingt Zuversicht. Also da geht nochmal ein bisschen jetzt der Risikoradar auf. Will er das jetzt so machen, wie wir das besprochen hatten, dann wäre jetzt zum Dienstag 4,60 und 4,10 dran. 4,15, 4,10 hier. Ja, das wären jetzt die nächsten Marken auf der Unterseite, wenn er zum Dienstag weiter runter schraubt. Wundert euch nicht, wenn er vielleicht per kleinem Aufwärtsgab reinkommt. 15,50, 15,600 ist vollkommen okay. Wenn er da nochmal einen kleinen Rücklauf ran startet. Und wenn er sich dann trotzdem runterdreht, kann er trotzdem nochmal hier unten durchsämmeln. Das wäre sogar gar nicht so ungewöhnlich. Also, ich meine, 15,600 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ha? Ja, es wäre auch ein bisschen hochgegriffen. Also, ich sag mal so 15,50 bis 15,80. Kleines Aufwärtsgab bis da ran. Und dann nochmal hier drunter. Das würde zum Dienstag ganz gut passen. Ja, und dann würde er runtergehen auf die 4,60 und gegebenenfalls schon vielleicht mal an der 4,10 vorschlüffeln. Und wenn er das zum Vormittag schon schafft, dann eine schöne Erholung reinbringen über den Mittag. Und dann müssen die Amerikaner einfach zeigen, ob sie ihn versenken wollen oder ob sie einen Turnaround anspielen wollen. Spielen sie einen Turnaround, lassen sie es vormittags tiefstehen, treiben den oben raus. Und dann geht es wahrscheinlich auch noch bis zum Donnerstag oben raus. Aber so, muss ich schon sagen, hat er sich angreifbar jetzt wieder unten gemacht. Im Monatsauftakt, das ist einfach was, wo viele, wo, glaube ich, auch viele einfach per se so Long-Positionen reinlegen halt. Und das hat er nicht bedient. Das hat er nicht bedient. Im Gegenteil, er hat es gefressen. Er hat es einfach verschluckt. Und ja, deswegen würde ich zum Dienstag das Risiko eher auf der Unterseite sehen. Genau. 4,60, 4,10, das wären erstmal meine Ziele. Der Pfeil verrät ja schon, wo es auch hingehen kann, wenn ein bisschen mehr Druck reinkommt. Das bleibt ja alles unverändert. Auch, dass wir uns gesagt haben, das bleibt alles unverändert. Da ist er halt nur nicht rausgekommen, hat nur mal dran gestochen, durchgestochen. Hat er nicht mal die Stundenkerze fertig gekriegt, hat sich direkt da durchgewuchtet. Also insofern, unveränderte Ausgangslage zum Vortag. Mit zusätzlich jetzt leichte Tendenz nach unten. Einfach, weil dieser Monatsauftakt-Effekt verpufft ist. Und wir haben das gesagt, wenn der es oben probiert, der hat eigentlich leichtes Spiel, ne? So haben wir es gesagt. Aber ist seinem typischen Montagsverhalten zum Opfer gefallen. Aufwärtsgepp und wegverkaufen. Das haben wir oft genug gesehen, die letzten Monate. Und wird denken, da kommt zum Dienstag jetzt noch was dahinter her. Wann würde ich kritisch werden? Also ich würde schon oberhalb von, ich muss nur sagen, ich würde schon oberhalb von 5,80. Ich würde schon ein bisschen vorsichtig werden. Das wäre dann nicht unbedingt das, was ich sehen will. Geht er dann auch über 6,30, über 6,50. 6,70, dann wäre das als Condor zu verstehen, ne? Turnaround. Und wenn es ihm dann gelingt, eine 6,70, 700 auszunehmen. Bleibt auch Trigger weiterhin gültig, genauso wie er hier unten gültig bleibt. Egal wie oft er darum rumstochert. Das ist dann einfach so. Also, wenn er jetzt nicht das bedient, was ich jetzt vor Augen habe. Und das, was ich jetzt als, ich sag mal, wahrscheinlicher einstufen würde. Nämlich, dass er sich jetzt hier unten ein Stückchen weiß runtergräbt. Und er schreckt sich. Ihr seht, von früh an nur grüne Stundenkerzen. Ja, dann ist nichts mit Shorten, ne? Also, dann brauchen wir auch nicht, wie will er rumshorten dann? Dann will er oben rausziehen. Aber ich glaube nicht, dass die kommen. Ich glaube nicht. Ich könnte mir ein kleines Aufwärtsgepp vorstellen und dann runter. Aber, rote Stundenkerzen. Seht ihr, kleine Erholungen, die abdrehen. So was kann man schön shorten. Man muss nicht in die grünen Katzen reinschauen. Genauso wie man nicht in die roten Katzen reinloggen muss. Wer bei uns im Chat da aktiver ist und da immer mal mit reinschaut, der weiß so und so, dass ich das fast täglich irgendwo predige. Einfach, weil das unheimlich hilft. Nicht mehr so stark gegen den Trend zu arbeiten. Nicht mehr so Trades zu starten, die erstmal 50, 60, 100, 200, 300 Punkte ins Minus laufen. Da hilft sowas einfach dagegen. Und von daher würde ich sagen, wir gucken mal, wer reinkommt. Aber für mich schon eher ein Vorteil jetzt auf der Unterseite. Einfach, weil dieser Monatsauftakt-Effekt verpufft ist. Und von daher würde ich ein neues Tief erwarten unter der 15. Und das kann durchaus Richtung 4,60 gehen. Auch wenn ein Aufwärtsgepp kommt. Richtung 4,60 gehen. Und vielleicht sogar schon Richtung 4,10. Also das wäre ganz gut. Wäre aber dann auch schon ein Versuch unten aus der Range raus. Oben, lange grüne, viele lange grüne Stundenkerzen. Wird nicht in das Bild passen, was ich gerade beschrieben habe. Und eher Long anbieten. Also gerade wenn er auch über 600 geht. Über 650, über 6,30. Hier also über die Linie drüber. Das passt dann nicht mehr ab für Short. Das geht dann zu hoch. Gut, damit würde ich sagen, lassen wir das auch hier dabei schon sein. Muss jetzt nicht länger sein als nötig. Die Marken sind alle bekannt. Wir sind ja noch auf dem gleichen Niveau. Es behält alles seine Gültigkeit, so wie wir es hatten. Und wir nehmen einfach zur Kenntnis, dass da ein bisschen Stress drauf war. Und gucken jetzt mal, wie er sich zum Vormittag stellt. Planen eine kleine Mittagserholung ein. Und wenn er dann zum Nachmittag noch die Tiefs reißt, dann kann er schon ein paar Meter auch mal legen. Aber man muss langsam bleiben. Man muss diese Tagesschlusskurse, also wie er am Montag gemacht hat, schon fast perfekt. Wenn er das jetzt noch ein paar Tage rausgezögert kriegt, ein paar Tage hingeschoben kriegt. Es wäre traumhaft. Es wäre perfekt. Sich jetzt wirklich hier Stück für Stück, so bis zu 30 oder so, einfach gerne auch die ganze Woche für Zeit lässt. Es wäre perfekt. Und dann kann er hinten raus nämlich richtig anfangen zu beschleunigen. Und dann ist wieder keiner dabei. Und keiner kommt mehr rein. Und allen geht es so schnell. Und wenn dann erst noch die Gaps kommen, dann stehen es uns wieder alle verkehrt herum drin. Und dann hat er es alle da, wo es er haben will. Und von daher, gut. Okay. Aber soweit ist es noch nicht. Ihr wisst Bescheid. Wir hören uns morgen. Und ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück. Und holt euch eure Punkte. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.